Einfach eine neue Kamera auswählen und schon kann es losgehen mit der Fotografie. Warum du es dir damit nicht ganz so einfach machen solltest, damit du lange Spaß an deiner Kamera hast, darum soll es jetzt gehen. Wenn du neu in die Fotografie einsteigen möchtest oder vielleicht schon erste Erfahrungen gesammelt hast, eventuell mit einer älteren Kamera und jetzt von einem neuen Modell gesehen, gehört, gelesen hast, dann machst du wahrscheinlich das, was die meisten auch tun würden, nämlich du fängst an, dich mit einer neuen Kamera zu beschäftigen. Oder du versuchst dir erstmal so eine Grundübersicht zu schaffen, welche Modelle es überhaupt am Markt gibt. Und da gibt es ja einige, ob das jetzt Fuji ist oder Sony oder Canon oder wie sie alle heißen. Und alle haben so ein Stück weit ihre besonderen Eigenheiten. Die Modelle unterscheiden sich durch ihr Aussehen und natürlich auch durch die technischen Eigenheiten. Und je mehr du in diesen Vergleichenmodus kommst, desto mehr wirst du in einen Strudel reingezogen, einen Strudel aus Datenblättern, aus Marketinginformationen und YouTube-Reviews. Und du versuchst, die ultimative Antwort auf die Frage zu bekommen, wo bekomme ich die meisten Funktionen oder die besten Funktionen fürs kleinste Geld. Und je mehr du dich damit beschäftigst, desto komplizierter scheint die ganze Sache zu werden. Um sich diesen Rausch der Vielfalt etwas zu entziehen, solltest du dich erstmal fokussieren. Eine Eigenschaft übrigens, die nicht nur für Kameras wichtig ist. Mach dir ein Bild davon, für welchen Einsatzzweck du diese Kamera überhaupt nutzen möchtest. Denn das hängt davon ab, welche Specs für dich überhaupt wichtig sind und welche du getrost auch etwas depriorisieren kannst. Ein Beispiel mal. Du möchtest mit deiner Kamera hauptsächlich Landschaften fotografieren oder Produkte oder Architektur. Dann wäre für dich die maximale Anzahl von Serienbildern in Burst-Mode herzlich irrelevant. Oder wie gut der Augen-Autofokus-Tracking funktioniert. Wenn du hingegen allerdings Tierfotografie machen möchtest oder Sports-Event, dann ist das Thema Autofokus dann doch wieder relativ wichtig für dich. Sehr wichtig für dich sogar. Aber auf der anderen Seite interessieren dich dann vielleicht die verschiedenen Aufnahmeformate im Filmmodus nicht so sehr. Finde also raus, welche Parameter der Kamera für deine Fotografie überhaupt wichtig sind. Der zweite Schritt ist dann der, bei dem du vielleicht feststellen wirst, dass das vielleicht besser der erste Schritt hätte sein sollen. Die Kamera alleine macht noch keine Fotos. Jedenfalls keine besonders guten. Und wenn es bei dir soweit ist und du gehst los und kaufst eine Kamera, dann wirst du das machen, was viele andere auch machen. Du nimmst so ein Kit-Bundle. Also ein Paket, in dem dein Kamera-Buddy und ein vordefiniertes Objektiv vom Hersteller zusammengepackt wurde und als Paket zu einem sehr attraktiven Preis vermarktet wird. Und du denkst dir, Kamera da, Objektiv da, habe fertig. Wirst dann aber feststellen, wie jeder halbwegs engagierte Fotograf, und ich rede hier nicht von Profi-Fotografen, da gelten nochmal ganz andere Regeln, wie jeder halbwegs engagierte Hobby-Fotograf, dass du mit diesem Kit-Objektiv nicht wirklich weit kommst. Und damit meine ich jetzt nicht, weil die Kit-Objektive von den allermeisten Herstellern eher überschaubarer Qualität sind, die die Möglichkeiten deiner Kamera gar nicht ausnutzen, sondern eher, weil dieses Objektiv dann technisch begrenzt ist. Es ist ein Standard-Zoom-Objektiv. Und Beispiel, du willst ein Motiv, was weit in der Ferne ist, ranholen und würdest halt einzoomen und stellst halt fest, ah, der Zoom von dem Objektiv reicht nicht aus, um das Objekt nahe genug reinzuholen. Oder du möchtest einfach mehr Inhalt in dein Bild haben, möchtest also einen breiteren Winkel haben, aber auch da kannst du nicht zurückgehen, weil hinter dir eine Wand ist, reicht halt auch der Weitwinkel deiner Kamera nicht aus. Oder du möchtest näher rangehen an ein Objektiv, aber die Naheinstellgrenze ist so groß, dass du halt nicht nah genug rangehen kannst oder du möchtest es freistellen, ein Objekt vorm Hintergrund. Dafür fehlt dir aber die Offenblende. Du stellst also fest, du brauchst Objektive, viele Objektive. Du brauchst ein Zoom-Objektiv, du brauchst ein Weitwinkel-Objektiv, du brauchst vielleicht ein Matro-Objektiv, du brauchst Festbrennweiten und nicht nur eine. Und schon bei den Gedanken daran, fängt deine Kreditkarte im Portnome an zu glühen. So wichtig wie technische Details der Kamera, sofern für deinen Anwendungszweck überhaupt relevant, auch sein mögen. Die Auswahl an Objektiven ist mindestens genauso wichtig. Je nachdem, wie lange ein Mount bereits am Markt etabliert ist, desto unterschiedlich kann das Angebot an Objektiven ausfallen. Meist ist es so, dass der Hersteller der Kamera selber da zum Startpunkt einen angemessenen Umfang von Objektiven anbietet. Es kann aber sein, dass Dritthersteller kein oder kaum ein Angebot von entsprechenden Objektiven anbieten. Und genau diese Dritthersteller-Objektive sind es, die meistens ein sehr interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Limitiert man sich jetzt auf Objektive, die direkt vom Original-Kamera-Hersteller kommen, dann kann es passieren, dass ein Budget gesprengt wird. Insbesondere dann, wenn man es auf eine Vollformat-Kamera abgesehen hat. Die Überlegung zur Sensorgröße sollte daher ganz am Anfang stehen. Gute APS-C-Kameras brauchen sich dabei übrigens überhaupt nicht hinter Vollformat-Kameras zu verstecken, auch wenn manchmal Marketing-Informationen oder YouTube wie etwas anderes behaupten. Ich persönlich beispielsweise mag die Fuji-Kameras sehr gerne. Die machen tolle Bilder, haben nach der Öffnung des Mounts für Dritthersteller ein mittlerweile tolles Angebot an Drittherstellern und Objektiven, die auch weiter wachsen. Also da bekommt man für überschaubares Geld eine tolle Auswahl, sollte für jeden Geschmack und Budget was dabei sein. Aber zurück zu den Objektiven. Dritthersteller wie Sigma oder Tamron beispielsweise bieten zum Teil wirklich sehr gute Objektive an, die ein bemerkenswertes Preis-Leistungs-Verhältnis haben und dabei in der Qualität teilweise schon auf dem Niveau eines Original-Objektives liegen. Wenn du dich also nicht an die Preisstellung eines Original-Objektives binden möchtest, dann schau vorher nach, wie das Angebot an Dritthersteller-Objektiven für deine Kamera ist. Bei einem fehlenden Angebot für einen Mount können dann zum Beispiel auch sogenannte Adapter benutzt werden. Diese Adapter setzen sich dann zwischen das Gehäuse der Kamera und dem Objektiv und ermöglichen halt eben so eine Kompatibilität zwischen zwei Geräten, die eigentlich von einem anderen Mount konzipiert wurden. innerhalb eines Herstellers. Bei Nikon beispielsweise wäre das ein FTZ-Adapter, also F2Z. Da könnte man ein F-Objektiv an einen Z-Mount anbringen. Und das funktioniert innerhalb eines Herstellers auch ganz gut, auch mit einer digitalen Schnittstelle, wo dann entsprechend auch die entsprechenden Funktionen weiter genutzt werden. Es gibt auch Möglichkeiten, dann herstellerübergreifend andere Objektive zu benutzen. Das geht dann allerdings damit einher, dass es keine digitale Schnittstelle zwischen Kamera und Objektiv gibt. Das heißt, da funktioniert der Autofokus nicht. Es werden keine Informationen zur Blende übertragen und, und, und. Also, ja, das muss man dann mögen. Also, wenn man sagt, man macht ohnehin nur Landschaftsfotografie und man kann auch mit einem manuellen Autofokus legen, dann bitte von hier aus. Dann mag das eine Möglichkeit sein, einfach Geld zu sparen. Aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, für seinen Anwendungszweck. Für mich persönlich ist das nicht wirklich eine Option, weil zum einen macht es deine Ausrüstung nochmal größer, weil es nur ein zusätzliches Teil ist. Es kommt nochmal ein bisschen Gewicht mit dazu. Und es verkompliziert die Sache einfach auch. Also, man denkt sich jetzt beispielsweise mal eine Szene aus, in der man Objektive wechseln möchte. Und dann hat man unterschiedliche Objektive, manche vielleicht Originalobjektive, andere von Drittherstellern. Und für das eine Objektiv brauchst du den Adapterring, für das andere nicht. Und dann ist man am Jonglieren zwischen Kamera-Buddy-Objektiv und Adapterring. Und, ja, wie gesagt, das macht durchaus Sinn, wenn man von einem Hersteller schon eine Kamera hat und der eine Mount mit dem anderen so nicht kompatibel ist, dann kann man da halt Geld sparen, indem man die Objektive nicht neu kaufen muss. Aber wenn man am Anfang steht, einer Entscheidung für ein Kamerasystem, dann macht es aus meiner Sicht einfach mehr Sinn, das gleich zu berücksichtigen, um sich diese Adapterthematik zu ersparen. Pfff. Was heißt das jetzt für dich? Bevor du zu viel Zeit investierst mit unterschiedlichen Herstellern und deren Modellvielfalt, versuch dir erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie das Objektiv-Line-Up für jeweils die entsprechenden Hersteller aussieht. Ist das Angebot für dich an verfügbaren Zoom- und Festbrennweiten ausreichend und passt die Preisstellung auch zu deinem Budget? Wenn du dann das für dich richtige Angebot gefunden hast, dann kannst du dich näher mit entsprechenden Modellen und deren Features beschäftigen. Auf diese Art und Weise wirst du viel Spaß mit deiner Kamera haben und bist doch später vor bösen Überraschungen gesichert. Wenn dir das hier gefallen hat, dann freue ich mich über dein Like und dein Abo ist natürlich auch gern gesehen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.